Ich nehme an, wir haben es entsprechend vorbereitet und können es gerade mal einspielen. Er wurde nämlich danach gefragt. Herr Schlappner, sind noch Fragen an Herrn Schlappner? Herr Schlappner, haben Sie schon mal so viel Glück gehabt wie im heutigen Bundesligaspiel, seit dem Aufstieg? Ich habe das größte Klick gehabt, wie ich meine Frage geheiert habe. War doch kein Klick. War Kühne. Ah ja, ich muss keine Reibeweisen.